Ich bin der Dominik, Dominik Ruiz Morales, arbeite als Brand Manager für BH Bikes. BH Bikes ist, wie mein Name vermuten lässt, eben auch eine spanische Firma. Wir bauen seit 1920 Fahrräder, kommen aus dem sportiven Bereich, das heißt haben ursprünglich mal mit Rennrädern angefangen, sind aber so im Lauf der letzten zehn Jahre dann doch stark auch in den in den ganzen E-Bike-Bereich eingestiegen, weil das doch eben gerade so auch im Rahmen der neuen Mobilität eben der Markt ist, der da für Fahrradfirmen ganz entscheidend ist. Unsere Firma hat insgesamt um die 70 verschiedene E-Bikes, davon vier verschiedene Antriebssysteme. Das eine System ist eben unsere Evo-Serie mit dem Hinterradnabenmotor. Wenn man sich das Rad anschaut, sieht man schon durch die Akku-Integration und den Hinterradnabenmotor hat man eben ein Rad, was auf den ersten Blick nicht wie ein E-Bike aussieht, sondern insgesamt eine schöne, sportliche, schlanke Silhouette hat. Der Hinterradnabenmotor selber ist etwas, was man als E-Bike-Fahrer einfach mal austesten muss. Ich sage immer, es fühlt sich an wie ein sehr starker Rückenwind, weil die Kraft, die der Motor hat, natürlich direkt auf die Achse wirkt und ich somit beim Treten nicht direkt die Kraft spüre. Den Akku, den haben wir bei den Rädern hier im Unterrohr, kann man sehr schnell ausbauen. Hier auf der linken Seite ist ein Schloss, das macht man auf und nimmt dann einfach die komplette Akku-Einheit raus. Man kann den Akku entweder, wenn man den jetzt mit in die Wohnung reinnimmt, kann man den Akku so ans Ladegerät anschließen oder hat am Fahrrad hier unten auch nochmal einen externen Ladeport. Das heißt, wenn ich jetzt auf einer Fahrradtour bin, kann ich das Ladegerät mitnehmen, schließe einfach das Ladegerät dann mit dem Fahrrad an bei der Einkehr ungefähr, also mit einer Stunde Ladezeit, Zwischenladezeit kann man dann 20 Kilometer mehr machen und wenn man anschaut, also bei den meisten Leuten ist es so, dass das Rad weiterfahren kann wie der eigene Hintern. Also es ist immer die Frage, was für eine Reichweite hat das Rad, das ist ja ganz schwer, weil das von verschiedenen Faktoren abhängt. Ich sage mal mit 600 Wattstunden kann man problemlos auch in einem hügeligen Gelände seine 100 Kilometer fahren. Die anderen Systeme, die wir haben, haben entsprechend dann einen Mittelmotor. Mittelmotor eben auch ganz klar zu erkennen, dass der Motor im Tretlagerbereich sich befindet. Ja, das mal so zu unserer Firma. Ansonsten einfach mal schauen und Testfahren. Ganz wichtig. Danke!